Hallihallo, ich bin Lukas und das ist Annika und heute lernen wir Partnervoll spielen. Und die erste Bewegung sieht so aus. Und das Ganze nochmal in die andere Richtung. Ja, und jetzt setzen wir das ein bisschen auf und nehmen das ein bisschen auseinander, was man da machen kann. Wichtig ist, einer spielt aufwärts, der der aufwärts spielt, der der gegenüber ist. Beide Poi abwärts. So, die Bewegung für die Person, die aufwärts spielt, sieht so aus. Und jetzt machen wir das einmal trocken. Wenn ich aufwärts spiele, gehe ich an der Seite vorbei und drehe die Hüfte. Wenn ich abwärts spiele, gehe ich am Rücken vorbei, also über die Schulter und hinter dem Rücken vorbei. Und jetzt tun wir mal nur Poi spielen und nicht mal so. Abwärts sieht das Ganze dann so aus. So. Und aufwärts sieht das Ganze dann so aus. Das kann man am Anfang auch gut mal üben, dass man ineinander geht und wieder aufeinander geht. Wichtig ist dabei, dass man sich der Hüfte so ein bisschen reindreht bei der Bewegung. Und dann kann man das Ganze verbinden. Sprich, nachdem wir oben rüberkommen sind, anstatt jetzt wegzugehen, gehen die Arme von oben nach hinten rüber. Und dann wieder oben rum. Und jeweils dazu dreht sich die Hüfte so. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen. Jetzt zum Schluss nochmal, wie es aussieht. Viel Spaß damit! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.